Alter sind die wilden Hörer Ey was ihr denken? Muss er spawnen und was geht hier ab? Oh er fängt an Ok wenn irgendjemand... Oh ja das fühlt sich so gut an, vielen vielen Dank Doktor, hau außer Leid schon Er spawnet erst mal, Alter Alle kriechen so um ihn rum Nein mach zu Stopp Der Opa ist da Allgemeine Verkehrskontrolle Opa Zeigen Sie mal bitte Ihren Führerschein Rally up Den Führerschein weißt du sehen was? Das weiß ich gar keinen hab Der Führerschein 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 Voll die krassen Reifen Oh Ja Wir haben ein bisschen Nägel an die Reifen dran gemacht Damit er ein bisschen mehr Halt hat Ja Und ne andere Auspuffanlage Unglaublich Wow Das ist ja Wahnsinn Wie teuer war denn der Spaß? Du 3 Millionen 3 Rally up Gehen Sie anbauen Dann noch ein coole Schein Ein Surroundsystem drin auch noch Wow Das ist ja mega fett Ihre Scheibe Wie die Scheibe Herr Opa was machen Sie denn? Was? Was? Ich bin klar nicht Nicht Da haben sie da hinten in den Containern Haben sie da wieder kleine Kinder drinnen geladen? I need some help here Ne Haben Sie das hier ein paar Polizisten geladen, ja? Was? Ne So Die Versorgung, die Kacken, alles voll Ich bin voll Ich muss sie gar nicht sauber machen So Ladies Alter so weit Alle Batman Ne, warte, Interpol noch Interpol noch Warte ich Bitte Abstand halten Bildet ne gescheite Reihe Batman fährt vor Der Rest fährt hinterher Abstand wird vergessen Macht Sextonic nicht nach Batman fährt vor Alle bitte aufpassen Batman fährt vor Alle bereit Batman fährt vor Batman fährt vor Der tut der am meisten pent Ok ok 11 Tobak kommt auf euch zu Mit dem Offroad Wow Wer ist denn das da neben mir? Dann passt Abstand ein bisschen an den Jungs Habt ihr gehört? Tobak Rode Offroad kommt auf uns zu Los, 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 los Go, 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 Interpol Go Passt auf, dass kein Unfall passiert Abstand Abstand Jungs Rall den Teufel nicht an der Wand Loll Ich fahre neben den Bäumen Und die kippen um Wollte mich verarschen Oh, halte ich den Muchen in Abstand Gut 100 Meter Dann weiche ich ein bisschen noch Rechts aus Wie das aussieht von ganz hinten Alter Wie sie alle vorne vermissen den Berg hoch zu krebsen Los Hamid Hamid Und Zamagg kommt auch hingegen Blut Blut E-Diesel Der Zamagg, der wird nicht viel Geld dafür kriegen Du Geht der überhaupt noch nicht mit Was ist das? Wie schlecht aus für ihn Alter, was ist... What's the fuck, alter Was ist der Hamid Train, ey? Ich bin ganz lustig Wie bitte? Also jetzt noch nicht Ich hab er das erfordert bei dem Hügel Ja, passt bloß auf, dass wenn ihr da runter ballert Das sind nicht alle Und meine... Wie gesagt, ich bin schon Nach rechts ein bisschen von der Reihe raus Jetzt passt bitte auf, wo ihr hinfahren Alter Jetzt kann die Presse mal kommen Von links von Ronny Das schass ist Hey, ne bellen Hamid Train Ich schreib die Presse mal an Die soll mal zum Druckgriller als Sierrafala Kommt gleich äh 10 Hamids rein 12 Ja, jetzt nachdem wir Prozesse haben Hey, zwei waren ja von den anderen Die sind nichts zu ziehen Aber ihr soll da nicht machen Wenn der Lohnschutz geht Alter Fände ich eigentlich cool, dann soll ich nicht schönen Bericht im Forum schreiben Ach, ich gotta die Ach, du bist alles und den Steinen nachlau Travis Alter Jetzt wird's lustig Guck vorher, wo du lachfährst Super mit, ne Und Steinen Wir mussten nur da unten auf die Kreuzung ziehen Wie das ist satisfy Denk rein Jungs, wir haben zehn Hamids Mal sehn wieviele unten ankommen ja wie euch da hochkratzt oh shit oh jungen das war fast krass die Kreuzung hat geklopfen oh mein Gott wir werden alle sterben wow, Zammach, Zammach, Zammach Auch ich hab mich zuerst, was umgefahren Zammach. Zammach, Zammach, Zammach ich bin hier mal in die Seite reingesprägt Hoppa, bist du damit vorbei? Ne, ich bin ganz elf Ach du bist da hinten aufm Berg noch Hier eine gescheitere Reihe einer fährt wieder voraus, am besten wieder Batman und haltet Abstand Der Joker fährt direkt wieder hinterher. Gut der kann lenken, aber es geht gerade nicht. Halt ja nicht über die Maulen fahren. Ja, soll ich rechts den Joker-Ride fahren, oder was? Ich fahr jetzt einfach mal ran, wenn lang. Der Left, fall back. Mach trotzdem Straße, oder? Max, das ist keine Reihe, was du da machst. Ich weiß. Ja, dann halt dich da dran, was gesagt wird. Wir müssen da ein bisschen Abstand gewinnen. Auf der Straße geht das ganz gut. Max, ich lasse mich jetzt noch rein. Jo, hast du Framedrops, oder? Alter Schwede, witz. Und jetzt. Ne, 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 ne. Jetzt aber auch kommt von hinten. Wieder Abstand und alles. Na ja, ich nehm' ein bisschen mehr Abstand zu Joker, das sah gerade böse aus. Ich schwör's dir, wenn wir alle vernünftig Abstand nehmen, dann, äh, ist der, könnte ja der Erste schon fertig damit verkaufen, bis der derzeit mit uns da ist. Ja, wir warten. Ja, ich sage nur, wir könnten. Ach doch, hier brauchen wir nicht von hier, oder? Nee, genau deswegen machen wir ja nicht, wegen dem Preis. Hier liegt der Karre quer auf der Straße. Mann, ihr versteht das. Ich meine, das ist ein bisschen länger her, der Kolonne. Karre quer auf der Straße vor uns. Wo denn? Da zieht er schon, da zieht er schon. Seht er, wenn er um die Kurve kommt. Einfach nicht rammen. Ist schon irgendwann bei DPC? Nee, wer soll da sein? Nee, frag nur, weil ich sehe ja nur die Punkte vor mir, wie weit die weg sind schon. Also Badman ist gleich bei der Schuss, der ist. Schön, für den Poliakow. Oh, nee, der, die sinkt gerade. Da war so eine Riesenkette, Alter. Deswegen meine ich das. Also von wegen, es könnte halt, ne? Bis ich da bin. Wenn wir noch ein paar mehr sind, dann können wir so eine Endloskette machen. Dann können wir es weitergeben. Von Fail zum Prozessing, zum Dealer zum Prozessing. Einfach so eine Endloskette. Wir fahren einfach alle im Kreis. Nee, alle bleiben stehen und einer lehnt immer weiter auf den nächsten. Na ja. Bei morgen könnte es sogar klappen, bis zum Dealer. Kennt einer von euren Liefert? X, X, X? Nein. Okay. Aber Joachim hat mich gerade angeschrieben, nur mal eine kurze Frage, und zwar kennen sie einen Liefert. Joachim. Joachim. Liefert. Ich bin jetzt bei der Fuel Station, als letztes Fahrzeug. Ja, ich bin jetzt da voraus. GP10. Bin irgendwo dazwischen. Aber beim Hammett merken wir das auf jeden Fall, dass sie das mit dem Tank gemacht haben. Zu weniges tut das. Ich glaube, ich war noch nie auf halb voll beim Hammett. Ich bin hier auf der Map, das ist unglaublich. Ja, mach mal das mal mit der Sportlimo, da muss sie, keine Ahnung, ständig tanken. Ja. Aber dafür kostet die Sportlimo auch nicht so viel zum Tanken. Ja. Was halt echt nicht so ein. Wir dürfen jetzt mal nicht reinfahren, das ist von der Einbahnstraße, aber okay. Soch, Unsicher, aber. Das sind Rebellen. Fuck it, dude. Fuck it. Fuck it. Oh, hier kommt da ein Hubschrauber. Oh, der Lötchen hat's gut angemacht. Oh, Mr. Max, so los. Ja, ich hab ein bisschen Abstand vor dem Hubschrauber gehalten. Gib mir Gas. 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 Wie sieht der Doktor da aus? Ist er sauber? Oh, Hassel, Mio fliegt hier gerade mit seinem Hubschrauber auch. Ja, muss aufpassen. Die Hustle-Typen überfallen ja gerne. Alter, du D6 ist weg, Hardcore. Echt, dann bleib stehen. Alter, what the fuck, ich war echt auf Abstand. Ey, ich hab dran, äh, Überschlag gemacht. Hast du gesehen? Du hast eine dreifache Rolle gemacht und bist über Sportplätze geflogen. Ja, Alter. Echt, ich hab gleich gebremst, wenn das passiert ist. Also der Hasselhoop-Frauber, äh, oh man, me. Ey, du fährst viel zu nah aus. Hallo, 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 Hasselhoop-Hubschrauber geht in Graf herunter. Graf, ja, beobachten wir, was die machen. Der soll immer kommen. Ja, ein Chopper und Mops sind weit hinten, wa? Ja. Ja, hier sind immer noch acht Mann da vorne. Ja, ja, aber ich meine. Ach so, du wolltest dich jetzt auf den Parkplatz stellen, oder was? Ja, das ist optisch. Hier so, hier wo meiner steht. wieder eine Palme, und das davor steht. Ja, jeder eine Palme. Nicht jeder eine Palme. Nicht jeder eine Palme. Oh, das ist eigentlich das Geld, was man zahlt, hier. Komm, die Zeit haben wir. This is safe zone. In der Beschmeidung. Mob, Ruhe. Oh. Mob, wem mal, ey. Dann packt ihn alles vorwärts. Boah, laufe noch mit dem Rückwürfen, hier rein. Oh, wie viele Leute sind hier jetzt? An der Heli, die mal landen. Sehen die gefahren. Ja. Erstmal Geld fertig, Mann. Ja, so alle mal in der Reihe vor mich stellen, ja. Hinterlander, nicht nebner dran. Ey, drängel nicht. Schubs mir nicht. Ich hab' die Pol, ja, ja, drängel dich vor. 522.000 fehlt, jedenfalls wieder. 500 fehlt noch, ja. Oh, schöne Geldaufgabe jetzt wieder. Geld, 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 Geld. Das lohnt sich doch mal, oder? Ja, hart geht weg. Genau, einzahlen und ab zum Hammett, würde ich sagen. Und hinterm Hammett schlimm bleiben. Dankeschön. Ja, man muss der Typ davon jetzt denken. Er dreht wieder um. Wir wollen dir Brot kaufen, yeah. Willst du's nicht erst mal einzahlen? Schon in die Mitte. Oder einer nach links und einer nach rechts. Ja, ja, hier, rutsch mal nach rechts, du frechelte Söge, du. Urin, und du gehst bitte nach links, dann. Passt doch so. Nee, 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 dann muss ich. Wenn, dann müssen wir beide in die Mitte, so. Nee, warte, 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 warte. Nee, warte, ich, ich lehn mich so. Warte, nein, du, und du lehnst nicht nach rechts. Ach so, so willst du, okay, ja, 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 okay. Moment, Moment, ich muss. Jesus, ah nee. Cool Homos müssen wir da unten oben liegen. Oh, ich bin ganz vorne. Was steht hier umso quer? Nein, ich kann. Alles klar, gibst du dich. Jure, Glecker, wie scheiße. Sorry, nee, ich hab das Falsches. Alle ergeben. Vielen Dank, das war schon. Ja, jetzt seh ich jetzt. So, pass mal auf. Jetzt mach ich mal die Schranke auf. Wenn einer kommt, sagt Bescheid. Ja, ich seh, ich hab wüschen. Ach, wir haben was. Ich hab wüschen auf die Schranke, ob da jemand kommt. Und auf den SUV. Ja. Was ist denn, wenn du bist? So? Ich hab's ja nicht... ...und dann auch noch betteln, Junge. Das sind mir die Besten, ne? In den Turm, okay. Da haben wir ein Problem. Nein, er ist nicht im Turm. Er ist jetzt beim Auto drüben. Steht aber auch immer noch mit seiner Taser-Waffe in der Hand, also glaube ich noch nicht dran, dass er irgendwas... Er kommt jetzt zu uns. Nein, Herr Drehbierum. Schade. Komm, dir ist langweilig. Soll ich mal die Schranke zumachen? Nee. Mach's auf und zu. Mach's auf und zu. So ist Bewegung. Weiß nicht, was soll ich machen? Mach einfach. Ja, ich werde mal rankommen. Mach doch mal hier einer die Schranke zu. L-S-S-S weg. Jetzt. Lass zu, lass zu, mal guck mal. Schlecht. Hä? Die war doch gerade aus. Warte, ich mach sie wieder aus. Nee, der guckt ja nicht. Guckt der nicht? Der guckt gerade Richtung Turm 3. Ja, ist gerade beim rübergehen. Warte, jetzt läuft er, jetzt kommt ein Truck. Okay, jetzt mach ich die Schranke auf. Nee, das merkt er nicht. Ja, guck, guck, guck. Jetzt hat er, der schaut doch dem hinterher. Jetzt mal auf. Ey, ich krieg das Ding nicht gerade. Es ist nicht so einfach bei diesen Schranken. Äh, schon wieder drüben. Warte. Der dreht, der dreht. Der dreht. Der verpfeift uns. Ja. Alter. Der hat Schiss und haut deswegen ab. Ja, die Randoms, die sind halt einfach die Giraffen. Da müsste wer aus der Karte schießen. Warte, warte. Wir müssen jetzt, glaube ich, zugreifen. Warte, bleib mal gechillen. Ja, der fährt rein. Ja, der fährt rein. Ja, der fährt rein, der fährt rein. Ja, der fährt rein. Warte. Pssst. Der fährt noch. Haha, wie Frank, Alter. Jetzt steckt er aus. Wir sind einfach leise. Gucken, ob der was sagt. Ja, jetzt mal alle in Ruhe. Er ist eingeschüchtert. Er verpfeift uns. Auf der anderen Seite. Ja, er hat uns verpfiffen. Er hat uns verpfiffen. Er hat uns verpfiffen. Ah, sch. Jungs, er hat uns verpfiffen. Da hinten. Oh, komm, Jungs. Du musst was anderes sagen. Ich bin drin, ich bin drin. Warte, warte, warte. Du lest mal jetzt erstmal raus schießen, ey. Schau doch deinen Maul und fahr durch. Wer ist das? Du merkt euch mal den Namen. Blababazock, Taster. Astralasorai oder so. Nee, nee, das ist der andere. Der andere Spack, der da drin steht. Seid mal leise, sei mal leise. Die sind im Pickup eingeschrieben, sind gerade wieder weggeheizt, hat der eine Kopf gesagt. Ich hab mal angeschrieben. Ich seh das im drinnen in dem Ding. Den hast du angeschrieben. Den Typen, der uns verpfiffen. Hat er schon. Der hat uns verpfiffen. Nicht anschreiben. Nein, alles gut. Die Kopf sind im Gehen weitergechillt. Der hat nicht gesehen, dass wir Rebellen sind. Jungs, die sind jetzt ganz drin. Jetzt müssen wir langsam, jetzt können wir mal einen rücken hier. Die können nicht mehr weg. Die sitzen da jetzt fest. Wenn der Fuck weg ist, kommt ihr. Der Ding kommt wieder, der andere. Okay. Der hat sich da wieder gesehen in der Ecke. Ja, der zieht uns. Der ist vom Korb zu spät. Oh, 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 oh. Was kommt denn jetzt hier alles an? Keine Ahnung, ich soll nach Unfall ausfassen. Ich glaub, einer kommt vor, oder? Jo. Geht Schussfreck aber, oder? Ich krieg ihn an. Wir wollen noch Gefallen nehmen. Der kommt zu dir. Der kommt dir. Der kommt dir. Ich sitz hinter ihm. Der kriegt mich nicht mit. Oben im Tower, im Bunger ist einer dran. Welcher? Welcher? Dann läuft hier weg. Welcher Tower? Draven. Nein, er ist wieder raus. Er ist wieder raus. Er ist wieder raus. Hä? Hat er dich nicht gesehen? Nein. Lol. Doch, der ist jetzt rechts rumgerannt. Rauskommst rechts. Hast du gerade gewiffen? Wie er ausgelaufen ist. Hast du gerade gewiffen? Er läuft so langsam raus und fein ist, Alter. Aber sind jetzt alle drei rechts dran? Dann muss man checken. Zwei, ein Wegen. Nicht, dass die jetzt in die Tower gehen, ne? Ich meine aber, dass keiner über die Straße gegangen ist. Alle drei rechts, Jungs. Jetzt kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Rückt, rückt, rückt vor, komm. Ich bleib erstmal noch hier sitzen, einfach um weiter zu sehen. Okay, einer geht langsam der Zug, kommt alle her. Alle auf die Seiten. Rechte Seite, mindestens drei Mann oder vier Mann. Achtung, er kommt angelaufen. Vorsicht an der Mauer. An der Mauer, Vorsicht jetzt. Er kommt angelaufen. Wechselt er die Straßenseite? Ja. Muss ich jetzt hier aufpassen. Warte, 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 warte. Er steigt ins Auto. Ja, das ist noch besser. Lass ihn rüberfahren und die anderen abholen. Nein. Hat einer schon eine Nachricht vorbereitet? Warte, mach ich nochmal die Schranke zu. Jetzt hat er es gesehen, jetzt hat er es gesehen, definitiv. Achtung, er ist drüberge... Er ist in Tower, oder? Nein. Die holen ein Auto raus. Wo ist der dritte? Sie sind im dritten noch? Nicht, dass es in Tower ist. Dann sehen sie uns. Da ist er. Alter, das sieht der aus. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oder? Er kommt. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Was sagt er an? Ich stehe in dem. 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 Du hast ihm alles weggenommen. Du desingst gerade, Topper. Du läufst gegen die Wand. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Schießt er? Fett beschossen. Schießt ihn ab. Wo? In der rechten Seite. Wollt ihr ihn abschießen? Nicht ihn ab. Nein, der hat ihn jetzt erschossen. Nein, egal, jetzt. Die wollten, wenn sie schießen, ihn selber schreit. Rote geschossen. Rechte Seite. Ich habe einen. Einen habe ich. Ich habe Toxic. Okay, wo ist der letzte? Da ist aber noch einer. Da müsste... Ich glaube, in den Bunkerbereich ist der drin. Ja, der ist gerade reingelaufen. Ich weiß nicht, welchen ich erschossen habe, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, der im Bunker müsste noch leben. Da oben auf dem Turm. 2. Geht er rauf. Turm 2 geht rauf. War gerade auf den Treppen. Der hat mich ab und beschossen. Aber noch nicht oben, oder? Nein, er ist dann wieder runtergegangen, als ich ihn beschossen konnte. Überfall. Überfall. Nein. Wo war der? Von rechts. Von rechts. Der steht an der Ecke. Was ist welche Ecke denn? Rechte Seite. Rechte Seite. Er steht rechte Seite. Irgendwie andere Möglichkeiten in den Checkpoint-Liner. Nehmt mal die rechte Front ein bisschen aufs Korn. Die rechte Front einfach ein bisschen hinschießen, die weit hinter sind ein bisschen. Könnt ihr mal keinem do? Noch im großen Innenhof. Innenhof rechts, da wo da SUV jetzt gerade hinfährt. Okay. Ich dachte, das sind nur drei. Ja, es sind ja nur drei. Zwei sind Torn. Einer lebt noch. Behold Turm 2. Ja, wer ist dann in Turm 2 hochgegangen? 10. 8. 4. 2. 5. 1. Standing by. 11. 3. Er ist im Bunker drin. Ich höre ihn reden. Ach Gott, Alter. Ach, ich hab ihn noch erwischt. Du hast ihn erwischt. Okay, war's das? Ich bin mir nicht sicher, weil Shiam hat ja noch gesagt, links sind Turm. Bei Turm 2. Links war noch einer. Links war noch einer. Links ist noch einer. Ja, hinter den Sound-Sacken. Hinter diesem... Ach man, das war so ein schöner Versuch, der geilste Name kommt. Ich weiß, ob das Zivilisten sind. Kann man ja nicht machen, wenn die da direkt Trigger-Habend wieder losballern. Nee, nee. Oder war's der mit umgültig? Ich weiß es nicht. Da steht auf jeden Fall ein Zivilist auf der Liga da. Vorsicht. Wandert alle, hat er gesagt. Ja, ja. Aber ich sei ein bisschen zu spät gekommen, ey. Ja, toll, Alter. Dann dachte ich... Ich dachte, der letzte ist im Punkt 2. Rennen links rüber, dann ist er rechts, ey. Weil zwar der Million befreit. Der ist hier immer noch jung. Aber schade, dass wir den an der Schrank erschossen haben. Den hätten wir doch gekriegt. Ja, ich hab den hier erschossen. Den muss ich aber ordentlich im Decent erschossen haben, den Kerl. Ist egal, die haben's so drauf angelegt. Äh, der SUV ist offen. Kann ich hier die Bullenkarren noch mitkippen? Ja. Den nehmen wir mit. Sarain, die gehört uns. Nee, die Bullenkarren ist uns. Flush ist der Helio. Brauchen wir die Bullenkarren nicht, oder? Das ist meinst meiner. Ich fahr'n mal hoch, oder? Ja. Wir sammeln Kopkarren. Mal gucken, was wir heute vollkriegen. Genau, heute sammeln wir mit Kopkarren. Wir haben irgendwann keine Autos mehr in der Garage. Ja, ich sah ihn so aus, als ob er ihn gleich nicht herkert. Alles gut. Es war der hier, der EGS-David, ja? Nicht der EM-David, ja? Ja, der EGS-David jedenfalls. EGS-David, ja. Waffe senken. Waffe senken. Sorry. So. Booth Wayne hat, ähm, den hier, den Herrn, den hängt noch... So eine Schlacht. Ja. Wo ist der Presse? Ja. Und... Einer von euch wollen wir... Einer von euch wollen wir... ...mein... 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 ...mehr was verkaufen. Ich würd nämlich gern was haben. Frag' mal was. Einer mal mitkommen ist... Wo ist der Presse? Der hat in Direct Hilfe geschrieben, oder so. Presse hat in Direct Hilfe geschrieben. Wo ist denn der? Hört euch um. Okay, dann... ...ja genau, es kommt jetzt online. Einer mal mitkommen ist hier bitte. Ich bin dabei. Okay. 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 Danke. Ja was gibt's denn, Herr David? Wer doch mal leise jetzt. Was gibt's denn, Herr David? Ja. Ich möchte in den Kommen. So und so... Ich und mein Freund... Ähm... Der... Das war der... Wie heißt du? Rainer Zufall. Und ähm... Dann war die der Blutbar und der hat ihn jetzt versteckt. Und der hat ihn wieder Verbindung verloren und jetzt ist ähm... Rainer Zufall irgendwie... Kann nichts machen. Ja. Und du hast hier Autoreifen verschossen, etc. Du hast Ärger gemacht in unser Base. Du hast Ärger gemacht in unser Base. Nee, nee, nee. Also... Ich hab keinen Ärger gemacht. Ähm, ich wollt sagen, dass ähm... Würde ich gerne sehen. Schickt den Link im PS? Ähm... Ja, ich muss aber... Ja, kein Plan, aber ich müsste jetzt noch schneiden. Ja, ich möcht' jetzt sehen. Du bist jetzt hingerichtet. Ach, sie sollen mich hingerichten? Ja, selbstverständlich. Der Ärger macht in unserer Welt. Der wird hingerichtet. Meinen Sie, die Jungs stehen da umsonst alle schon in Stellung? Die grüten sie nicht. Nein, nein. Also... Ich hab wirklich... Das war nichts mit Absicht. Ich wollte sie wirklich nicht ärgern. Ja, ja. Also du hast hier... Es wurde uns gemeldet, dass du Autoreifen verschossen hast. Und wir haben gesehen, wie du einen überfallen hast hier. In unser Base. Es spielt auch gar keine Rolle, ob das mit Absicht war oder nicht. Du hast es getan. Und wer sowas bei uns macht, der wird hingerichtet. Hier gibt's keine Trollerei. Den ganzen Scheiß lassen wir einfach. Können wir hier noch eine Strafung? Können Sie mir auch eine zweite Chance geben? Im nächsten Leben. Aber mal ab. Neh mir noch mal ab, bitte. Ich hätte mich falsch tatsächlich sein. Bitte nicht. Ja, 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 bitte nicht. Das ist kein Geld. Es geht darum, du hast dir Scheiße gebaut. Du hast Sachen gemacht, die man hier nicht macht. Das ist erstmal ein bisschen Trollen. Und zweitens, in unserer Base haben wir das Zahlen. Und hier macht keiner Ärger außer wir. Und deswegen gibt's dafür nur eine Strafe. Und das ist der Tod durch die Kugel. Feuer. Feuer. Feuer einstellen. Das ist echt asozial. Das ist wirklich asozial. Ja, überlegst du dir einfach nächstes Mal ein bisschen genauer, was du hier machst. Ich liebe Hinrichtungen. Ich mag nicht von den Töten immer. Ja, aber gut, wir sind damit ein konsequences Zeichen. Jeder, der hier, wenn du sowas sehen, der wird einfach zu ihr hingerichtet. So, ich bin jetzt auch ein Rebell. Ich glaube, der war. So, ja. Wer ist hier auch ein Rebellen? Ich meine, die Rebellen-Lizenz, den überhaupt noch was bringt. Also beim Schwarzmarkt, wir brauchen so nur eine... Ähm... Geile für Schwarze. Alle Nebel. 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 Zeig mal aus, selber. Du. Ah, du bist gar nicht drin, ne? Doch. Jetzt sind die überhaupt noch hier oder jetzt haben wir den Cops weggefahren? Ja, die haben gerade gesagt, wir gut zu spielen. Ja, die haben gerade gesagt, wir gut zu spielen. Der Opa spielt viel. Schleif mal aus. Dann kriege ich noch ein Pflaster. Ach du Kacke, meine Frames. Ich bin da auch ab. Ja, 10. Pippen. Hallo. Danke schön. Ja, danke. Der Smoke... Und äh... Wer will noch? Wer will noch? Alter. Ich bin da. Ich bin da gesehen. Tschüss… Vielen Dank.